So, da kaufe ich mir jetzt mal hier einen Porsche für 150.000, schätze ich mal. Da langt die Kohle aber nicht mehr fürs Hotel. Da muss ich dann da oben schlafen. Das ist schon geil. Also Leute, wenn ich jetzt so ein Auto habe, für die Kohle, dann gehe ich doch ins Hilton, oder ins Maritim, oder ins Steigenberger, oder was meint ihr? Ich meine schon ein schönes Auto, aber oben mit dem Ding drauf, I don't know.